In diesem Video zeige ich dir alles, was du über Hang- und Schräglagen wissen musst. Also bleib dran, wir starten jetzt! Fast jeder Golfer kennt das ja. Man geht auf die Triving Range, man trainiert sich einen Schwung ein auf einer kompletten Ebene. Dann geht man auf den Golfplatz und auf einmal ist nichts gerade. Man ist immer in einer Hanglage, man steht bergab, bergauf. Und irgendwie kann man nicht mehr einschätzen, wohin der Ball fliegen wird. In diesem Video heute möchte ich dir genau erzählen, warum es geht, wenn du eine Hanglage hast oder eine Schräglage hast. Ich persönlich bin ja selber auf sehr gebirgigen Golfplätzen aufgewachsen und konnte mir dadurch sehr viel Wissen aneignen. Und das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Fangen wir wohl an mit dem wohl schwierigsten Hanglagenschlag im Golf, der Bergabschlag. Und zwar wichtig dabei ist es, dass man trotzdem, obwohl man bergab steht, die Idee hat, dass man versucht, den Ball in der Abwärtsbewegung zu treffen. Die meisten Golfer, die ich sehe, die in so einem Hang sind, haben dann irgendwie das unterbewusste Verlangen, dass sie versuchen wollen, dem Ball hochzuhelfen. Das heißt, die lehnen dann irgendwie so hinten drinnen und versuchen dann, den Ball hochzuschaufeln. Und du siehst jetzt hier, dass ich schon anfange, vorher den Boden zu treffen. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Also auch bei diesen Lagen bergab möchtest du unbedingt dich anpassen, den Hang und versuchen, den Ball zuerst da am Boden. Wie mache ich das? Dazu muss ich meine Wirbelsäule anpassen. Du siehst, meine Wirbelsäule steht nicht weg in den Hang hineingeneigt, sondern ich habe sie, sozusagen, lotrecht zum Hang ausgerichtet. Das ist eine absolut wichtige Grundposition, wenn man so einen Schlag macht. Und jetzt kann ich auch hier wirklich den Ball in der Abwärtsbewegung schön treffen. Jetzt hört man immer wieder, wie in der Ballposition bei den Bergablagen, da soll man den Ball weiter rechts legen. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ich möchte dazu nur eine Sache sagen. Wenn du das machst, dann passiert Folgendes, dann wirst du den Ball noch steiler in der Abwärtsbewegung treffen, als es notwendig ist. Und der Ball wird flacher starten, viel flacher starten, als es notwendig ist wahrscheinlich. Wir haben ja ohnehin schon das Problem bei den Bergablagen, dass der Loft sehr stark reduziert wird. Und zwar möchte ich, dass du dir das so vorstellst. Wenn du jetzt hier stehst, siehst du, der Loft zeigt ganz normal in die Höhe hinauf. Stehe ich aber bergab jetzt hier, dann siehst du, wird er ohnehin schon weniger. Gehe ich den Ball jetzt noch weiter nach rechts, siehst du, dann wird der Loft noch weniger. Ja, und dann geht der Ball viel zu flach weg. Und dann bin ich auch noch steiler zum Ball. Also das funktioniert nicht. Du brauchst nicht den Ball weiter rechts legen. Es reicht vollkommen aus, dass du dich dem Hang anpasst und den Ball von der normalen Ballposition spielst. Wie spiele ich einen perfekten Bergaufschlag? Als erstes musst du verstehen, wenn du bergaufschlagst, möchtest du keinen normalen Golfschwung machen. Die Idee ist es, dass du versuchst, den Ball flacher zu schlagen. Warum? Weil wenn du dich jetzt normal hinstellst, zum Hang angepasst und du machst einen normalen Golfschwung, dann wird der Ball nur hochgehen, aber nicht weit genug. Ich meine, das kannst du schon machen, aber da müsstest du richtig viel Schläger dazugeben. Was du machen möchtest, ist ein Punch. Der Punch ist ja so ein Schlag, den kennt man ja, wenn man den gegen den Wind spielt. Das ist diese Idee, dass man versucht, nur drei Viertel auszuholen und dann die Hände hier zu halten und nicht hier freizugeben. Das bewirkt, dass man im Treffmoment weniger Luft hat und dadurch geht der Ball flacher. Das heißt, wenn ich einen Ball bergaufspiele, dann stelle ich wieder mich mit der normalen Ballposition hin. Aber ich werde mich jetzt nicht den Hang anpassen, im Gegensatz zur geläufigen Meinung. Nein, ich lehne mich ein wenig hinein. Ich habe damit das Gewicht auch weiter links. Ich werde jetzt auch einen Dreiviertelschwung machen und werde jetzt nur versuchen, hier zu halten, den Schläger, und nicht wirklich durchzuschwingen. Und der Schlag schaut dann so aus. Kommen wir zur nächsten Schräglage. Der Ball ist jetzt über meinen Füßen. Und da brauchen wir jetzt ein paar Adaptierungen im Setup. Als erstes einmal stehe ich von Haus aus etwas aufrechter. Ich brauche nicht so gebückt stehen. Das nächste, was ich mache, ist, ich greife jetzt natürlich den Schläger auch etwas kürzer. Das sind die wichtigsten Adaptierungen. Weiters dann, wenn du schwingst, ist es wichtig, dass du jetzt nicht deine normale Schwungbahn schwingst, sondern du musst dir vorstellen, das Ganze hat sich ja hier quasi so aufgehoben und du musst deine Schwungbahn etwas schräger anpassen, etwas schräger schwingen. Das heißt, mein Schwung wird jetzt nicht so ausschauen, sondern etwas schräger sein hier, etwas flacher hier sein. Und damit werde ich mir leichter tun, den Ball besser zu treffen. Eine sehr, sehr wichtige Sache musst du hier noch bedenken. Wenn du natürlich den Ball überhalb den Füßen hast und den Schläger hinlegst, ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Siebeneisen, dann kannst du sehen, sobald das hier mehr und mehr runter geht, dann zeigt das Siebeneisen immer weiter nach links. Und das bedeutet jetzt in der Praxis, dass ich das jetzt ausgleichen muss, indem ich die ganze Schlagfläche mehr öffne. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, muss ich die Schlagfläche mehr öffnen beziehungsweise kann ich dann hergehen und überhaupt meinen ganzen Stand weiter nach rechts ausrichten. Wenn ich das dann habe, werde ich dann mit einem Trau rechnen müssen, einem Ball, der von rechts nach links fliegt. Diese Hanglage begünstigt das eher. Also immer kalkulieren, wenn du Probleme links hast bei diesen Schräglagen, dass du auch wirklich weit genug rechts zielst, damit du nicht in Probleme kommst. So, nächste schwierige Hanglage. Jetzt ist der Ball unterhalb meiner Füßen. Jetzt mache ich sofort eine Setup-Adjustierung. Und zwar jetzt muss ich ein bisschen mehr in die Knie gehen und ich stehe auch ein bisschen gebückter, als ich es normalerweise machen würde. Ich greife auch den Schläger jetzt ganz oben. Um ehrlich zu sein, ich gehe sogar manchmal sogar ein bisschen oben drüber. Fühlt sich zwar komisch an, aber kann man auch machen, um ein wenig, ein bisschen mehr Länge zu bekommen mit dem Schläger. Wenn ich jetzt gut gebeugt stehe, ist eine Sache wichtig. Es ist wichtig, dass der Abstand von meinem Brustkorb, von meinem Brustbein, kannst du dir vorstellen, zum Boden, dass das dasselbe bleibt. Wenn ich jetzt aufschwingen würde und ich hebe mich jetzt hoch mit dem Körper, dann stimmt der Abstand nicht, dann werde ich Probleme bekommen. Dann muss ich irgendwie dann ausgleichen, wieder extrem runtergehen und 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 und. Das ist nicht das, was wir wollen. Ein gutes Bild, was du haben möchtest, ist, dass der Abstand vom Brustkorb zum Ball hier gleich bleibt. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch auf derselben Höhe hier und ich verändere diese Höhe nicht. Hier konzentriere ich mich eigentlich nur darauf, dass der Brustkorb auf der selben Stelle bleibt, im ganzen Schwung und mache dann einen ganz normalen Schlag. Auch die Ausrichtung ist jetzt hier wieder wichtig. Du erinnerst dich vorher vielleicht an die Situation, als der Ball überhalb der Füße war. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass die Schlagfläche im Hang, wenn das so ist, dass der Schläger nach links zeigt. Und wir haben das dann ausgeglichen mit einer Schlagfläche, die etwas nach rechts gezeigt hat. Wenn du jetzt aber den Ball unterhalb der Füße hast, dann hast du den umgekehrten Effekt. Dann wird der Schläger mehr in diese Richtung hier gehen. Und du siehst, der Schläger geht auch jetzt wieder hier ein wenig nach rechts zurück. Nur dadurch, dass der Schaft eigentlich nie wirklich vertikal wird, so steil kann man fast nicht stehen, wird dieser Effekt nicht sehr stark sein. Das ist nur ganz wenig. Das heißt, es ist nicht so viel Ausgleich zu erwarten nach links, wie vorhin bei einem anderen Schlag, als der Ball überhalb der Füße war, nach rechts. Das heißt, in der Praxis jetzt gesehen, stelle ich mich hin und richte mich ein klein wenig nach links aus. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Schlagfläche muss auch nach links zeigen. Ich persönlich bin aber draufgekommen, dass es sehr, sehr häufig passiert, durch diese Hanglage, dass eben dieser Teil des Schlägers oft zuerst aufkommt und dann kollidiert er und schließt sich ein wenig. Das heißt, ich habe irgendwie so als eine Art Schutzmechanismus die Schlagfläche dann zum Ziel und nicht links davon. Aber das musst du halt für dich probieren, wie du besser damit zurechtkommst. Wir kommen jetzt zur Bonus-Sektion. Aber bevor wir starten, möchte ich dich bitten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dass du meinen Kanal abonnierst und die Glocke daneben klickst, damit der Kanal wachsen kann. Jetzt zeige ich dir einen sehr, sehr lässigen Trick, den du anwenden kannst, wenn du extreme Bergabschläge hast und dann später auch mit Bergaufschlägen. Und zwar, das Problem ist, wenn ich jetzt hier eine extreme Bergablage habe, also dass ich jetzt so stehen muss, dann ist es so, dass mein rechtes Becken so hoch ist, dass ich mir sehr schwer tue, es nach hinten zu bringen. Jetzt hilft es sehr, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich jetzt den rechten Fuß etwas mehr nach hinten gebe. Und was ich auch mache, ist, ich gebe ihn ein bisschen näher zum anderen Fuß. Dadurch kann ich jetzt hier besser drehen im Aufschwung. Wenn das ganz, ganz extrem ist, macht es auch nichts, wenn du auf einmal beginnst, auch den Fuß aufzustellen, dass du hier auf den Zehenspitzen bist oder auf den Fußballen hier. Jetzt kannst du auch hier wesentlich besser rotieren, hast das Knie auch mit rotieren lassen hier und bekommst dadurch eine wesentlich bessere Position, um zum Ball zu kommen. So, jetzt die extreme Bergauflage oder Bergauf allgemein. So, wir haben ja gelernt, dass wir uns ein bisschen in den Hang hineinlegen. Wenn ich jetzt gerade stehe zum Ziel, dann ist das Problem beim Durchschwung wieder das selber hier, dass das linke Becken so hoch ist, dass ich jetzt nicht ordentlich drehen kann. Deswegen, bei solchen Lagen gebe ich ganz gerne den linken Fuß ein wenig zurück, dass mein Becken schon etwas offen ist. Dann tue ich mich hier viel leichter beim Durchschwung. Und wenn es ganz extrem ist, gebe ich sogar die linke Ferse ein wenig in die Luft. Dann geht das auch wesentlich leichter. Als nächstes Video empfehle ich dir dieses hier. Das ist ein Video, wo es um die Eisen geht mit Tourspieler Lukas Nemitz und mit mir.